Bremswagen, Mitteilung fürs Fahrerlager, Fahrerbesprechung in 5 Minuten am Bremswagen. Bitte umgehen, hier vorkommen zum Bremswagen im Startbereich, Fahrerbesprechung in 5 Minuten. Bisher haben wir nur den Bahnkommissar vor. Schwerste und schönste Budo-Sportaus-Liedern! Schwerste und schönste Budo-Sportaus-Liedern! Die Jungs aus dem hohen Norden, seit über 30 Jahren bei Pulling und ich sehe euch immer wieder irgendwo, wir schnacken immer mal einen kleinen Moment, ich finde das geil. Mittlerweile seid ihr alle in Rente, oder? Nee, nicht alle. Achso, ok, welche müssen auch noch arbeiten? Einige müssen auch gut arbeiten, ja. Sag mal in 2-3 Worten, über 30 Jahre Traktor-Pulling-Fan, man sieht es an der Kutte, das ist noch eine richtig alte Pulling-Kutte hier. Da ist nicht so neumodisch gedruckten Kram, da ist ein Feiter-Aufnäher, da ist hier hinten noch ein DTTO-Aufnäher, den habe ich übrigens auch noch. Also das ist eine richtige alte Pulling-Kutte. Wenn die Geschichten schreiben könnte, oder erzählen könnte, da wird einiges rauskommen, oder? Da wird einiges rauskommen, ja. Ich glaube, das kann ein ganzes Buchwort schreiben. Ein ganzes Buchwort schreiben, ja. Ihr habt die legendäre Zeit mit Feiter mitgemacht, mit Eugen Kieble. Ihr habt die legendäre Zeit mit Kim Hansel-Pobay mitgemacht. Ihr habt, ihr kennt sie alle, oder? Ihr kennt sie alle, ja. Quasi so wie ich auch. Genau so. Sag in 3 kurzen Worten, was ist an Traktor-Pulling so geil? Warum seid ihr über 30 Jahre Fans? Ich gucke mal dann einfach geil nicht. Es ist einfach geil. Wenn wir ihn gucken, hinten dreht ihr oben, was haben wir noch? Europameisterschaft 97. Stellt ihr online, wenn ihr das nochmal gucken wollt. Sehr geil. Ein Aufmerksamkeit. 2000, also das sind richtig alte Aufmerksamkeit hier auf der Kutte. Habt ihr mal einen Sonderapplaus hier für die die zeltesten Pulling Fans aus Norddeutschland? Seit über 30 Jahren an der Strecke. Und immer gut drauf. Je Sonntagsmorgen, es geht los, ihr lauft mir über den Weg. Immer gut gelaunt. Das finde ich geil. Das macht richtig Spaß. Also nur, wenn ihr mal in Rente geht, sagt Bescheid. Vielleicht gehe ich dann auch in Rente. Es ist serviert, aber dauert noch ein paar Jahre, oder? Ja, bestimmt noch. Dann machen wir noch ein bisschen. Ich mache auch noch ein bisschen. Es ist serviert, es geht... 14 Jahre. Ein geiles Gefühl, sagt sie. Als wenn sie nie was anderes gemacht hätte. Toller Auftritt. Und auch der Vater hat ein leichtes Lächeln. Es geht weiter mit Final Fantasy. So, mit Max geht es los. Es geht weiter. bei der Atakelmann Ja, ein Streifel Und erst jetzt ist der erste Satz für 10.5 km und wo er will mit 4.5 km der erste Gastropenion der reibt sich vor auf seinen ersten Dauern und wo er will mit Ein guter Pool vom Wettmix, einer der stärkeren Traktoren in Europa in dieser Klasse. Mit seinem Dachdiesel umgedaut auf 1,0 Meter ist er unterwegs. Und wir sind gespannt, ob die Einstellung so bleibt. Curtis Wright Sternmotor, 54,9 Liter Hochraum, machen sich bereit für den ersten Pool nach zwei Jahren. Komplett neuer Antrittsstrang, komplett neues Eigenbaugetriebe. Serge hat nochmal richtig in die Technikkiste gegriffen. Und wir sind gespannt, ob er ihn kontrollieren kann, den Roten Löwen aus Luxemburg. Stolz der Tourie, roll the race! Ja, da steht er erstmal, der Service bei der 70 Meter Marke hat es sanft angehen lassen hier mit dem Druck am Gashebel. Da war erstmal Testen angesagt und wir sind erstmal grundsätzlich zufrieden, denn es hat addertes, malendes Geräusch hier. Die Hinterachse ist scheinbar doch Schrott, also das Backfire kam mit dem Riss der Hinterachse, wie vermutet, die Schwachstelle im Schlepper hat sich doch herauskristallisiert. Wie wir es vorher schon angesagt haben, Hinterachse Schrott beim Rude Löw und damit das Aus für ihn hier nach der 70 Meter Marke. Ja, der Young Special, habt ihr Lust auf Traktor Paulin? Habt ihr Lust auf V12? Boah, jetzt schon, jetzt schon Gänsehaut, wenn ich die Rolls-Royce-Motoren der Hinten höre. Der Young Special zu Gast in Lonspeck. 4000 PS in der 2,5 Tonnen Klasse. Boah, ist das schön. Wir gehen mal zielstrebig zur Full-Pull-Marke. Die Flaggfrau, die Svenja, steht hier schon bei der 130 Meter Marke. Also auch sie weiß, was da auf uns zukommt. Wir können den Traktor, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und bei der Bremsfrageneinstellung müsste es eigentlich ein... Die Junge, 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 Junge. Boah, da ist er! Schwerste und schönste Bruder, Sport auf Wiederhahn. Und da kommt der, der Young Special. Ein wahnsinnig Full-Pull hat er uns gezeigt. Kommen wir uns, uns Berghänd aus der Tasche. Wo ist der Applaus für die Young Special? Mehrfach Team auf sich hier in den Niederlanden. Einer der geilsten Traktoren überhaupt. Ich freue mich jedes Mal, wenn er in Deutschland zu Gast ist. Und sie gehen rein ins Finale. Die De Jong-Jungs lassen sich feiern. Und der zweite Luxemburger, der Neubau der Limited-Klasse, macht sich startbereit. Ja, der Seber, aller Anfang ist schwer. Er funktioniert, er braucht, er baut Ladedruck auf. Der Motor arbeitet, der Antriebsstrang ist okay. Aber scheinbar doch zu wenig Gewicht auf der Enderachse. Einer der stärksten Diesel-Traktoren Europas. Final Destination. Und der ist abgestellt. Und er hört für diesen tollen Full hier. 89 Meter, 89 müsste es gewesen sein. Einen Riesenapplaus für den Funnel. Neue Lada aufgebaut. Richtiges Team her eingebaut. Die Leute sind glücklich. Jetzt ist er beim Getschen-Tumboch kaputt gemacht. Und ich glaube, jetzt wollen wir das, dass du dich nicht machen würdest. Ja, wir wollen das, weil ich sonst nur bewegen kann. Also, die Tochter ist langsam dran, ne? Jetzt noch auf dem Weg nach hinten. Zehnen Applaus für den Final Destination. Neue Lada. Das Motor-Setup nochmal überarbeitet. Und er läuft gut. Du bist zufrieden, oder? Ich sehe so ein leichtes Lächeln bei dir. Oh, Hammus, der Wartet- und der Winddruck ist auch noch da. Ich glaube, der Motor ist heilt. Sehr gut, so soll es sein. Final Destination. Zehnen Applaus für den Teamchef. Er ist zufrieden. 89,89 Meter. Wir sind in der Testphase. Der neue Lada vorne soll getestet werden. Es war erst gar nicht geplant, dass das alte Green Monster heute hier in Sonsberg mit dabei ist. Und schon gar nicht in der 2,5 Tonnen Klasse. Da haben wir ihn schon lange nicht mehr gesehen. Aber sie nutzen die Gunst der Stunde. Oberer Motor abgebaut. Der vordere Motor befindet sich gerade in der Entwicklungsphase. Und sie nutzen das hier der Green Monster. Das geht ja schon mal richtig, richtig gut los. Aber haben wir den Pull abgebrochen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das Satzteil dafür da. Nee, das ist nicht gar nicht. Okay. Das wäre natürlich schade. Ihr wolltet ein bisschen testen. Ihr wolltet ein bisschen Daten sammeln. Und da scheint es einen Bruch im Riebentrieb vorne zu geben. Dementsprechend abrupt Pull abgebrochen. Von dem Monster 4 noch umzubauen. Der soll eigentlich nachher dieselbe Entwicklungsstufe, wie die Motoren auf dem Mieters aktuell haben. Also aktuell eigentlich unsere Höchstentwicklungsstufe. Oder laufstellige Entwicklungsstufe, die soll auch aufgebaut werden. Das heißt, da gibt es noch mal ein bisschen mehr Schub in der 3,5 Tonnen Klasse. Um einfach auch auf dem europäischen Level mithalten zu können. Und ja, ansonsten ist ja in der jetzigen Konfiguration mit dem Motor, der hat einen neuen Lader verpasst bekommen. Wir hatten jetzt diese Woche nochmal neue Notenrennen eingebaut. Dass wir Vergleichswerte besser vergleichen können. Um wirklich zu sehen, ob der Lader effektiver ist. Der Lader soll in erster Linie weniger Antriebsleistungen benötigen und effizienter sein. Und da müssen wir einfach schauen. Das ist eine Entwicklungsarbeit. Das hat uns damals knapp ein Jahr gedauert, bis wir den ersten Lader auf der Spur hatten. Wir denken, dass wir jetzt ein bisschen schneller sind. Aber ja, jetzt ist es wahrscheinlich ein mechanischer Schad. Das wirft dann dann zurück. Also eigentlich hatten wir uns heute gedacht, vier schöne Züge hier hinlegen und das Mapping ein bisschen optimieren. Wenn jetzt ein mechanischer Schad dazwischen kommt, den wir, wir müssen gleich mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass wir das reparieren können. Dann ist das natürlich schade und wir wirft uns jetzt erstmal wieder ein bisschen zurück. Aber ja, wir werden da schon irgendwie stempelt. Na klar, wir sind gespannt, ob sie den Final Destination unter Kontrolle hat. Papa hat es eben nochmal probiert im ersten Lauf. 89 Meter, 89 Meter. Er war zufrieden. Setup, Motor Setup mit den neuen Ladern. Alles in Ordnung. Alles läuft. Das heißt, die Corinna kann jetzt voll durchstarten. Erster offizieller Start von der 17-Jährigen hier in Solzbeck. Hier ist Final Destination. Junge, 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 das gibt's doch gar nicht, als wenn sie nie was anderes gemacht hätte. Final Destination. Ein bisschen Wasser. Eieiei, da ist scheinbar ein Schlauch geplatzt. Der kleine Eimer, ob der uns hilft? Ich weiß nicht. Er kocht aus allen Rohren der Final Destination. Kühlwasser, ein Schlauch ist abgeplatzt. Corinna, tief und entspannt. Ey, als wenn du nie was anderes gemacht hast, oder? Ja, also, das ist ein geiles Gefühl. Liebes Publikum, habt ihr einen Riesenapplaus für die Corinna? Ein breites Grinsen liegen auf ihrem Lippen, als wenn sie nie was anderes gemacht hätte. Corinna, komm mal raus aus deinem Käfig. Stell dich mal hin, zeig dich mal dem Publikum. Wir haben noch einmal einen riesen Applaus für Final Destination. Kühlwasser, Kühlwasser, Kühlwasser. Kühlwasser, Bafax, macht sich statt rein. Wir haben jetzt noch einen Riesenapplaus. Die Völker sind unterwegs mit dem Dampf 12,60 5.000 Euro, und die Jungen 3-Tor-Radar. Ja, ein halbes Tausend Wettkampf der S-Wert rausgeholt. Das gibt's doch gar nicht. Der reißt in dem Tag, sagt, der Finanzspecial geht runter. Unglaublich, was ist hier heute los in Sonsberg? Der Wahnsinn, er steigt auf, kriegt voll im Glück auf der Strecke und dann zerreißt es den De Jong Special. Es ist unglaublich, liebes Publikum. Habt ihr einen riesen Applaus für Toni De Jong von De Jong Special? Hinterachse weggebrochen. Also, Sie sind sich sicher, dass was gebrochen ist? Es scheint leider frei zu laufen oder zum Glück reinkaufen, sodass wir ihn vor der Strecke kriegen. Ja, Siegerehrung machen wir. Da brauchen wir Corinna von Final Destination. Da brauchen wir das Siegerpodest, das ist die nächste Hürde. Und dann brauchen wir, den brauchen wir noch, den Paul. Den Paul vom Mad Max Team. Siegerehrung hier auf der Strecke, das Siegerpodest und die Fahrer der Limited Superstar Klasse machen sich ebenfalls stattfinden. Und die Jungs aus Belgien, der Paul-Lieferd macht hier zwei grandiose Puls am Ende 82,88 Meter für den Mad Max und den Paul. Ein riesen Applaus! Barsegrunnen, der Komm션 auf der Brache liegt jetzt auf der letzte Hürde. Losige Musik undその manchen R附 especialmente auf der Schlange Bis zum nächsten Mal.